Hallo Leute! Hallo! Alles klar? In Tiny Toon Adventure sind wir die Videospiele-Stadt. Das Neuste! Tiny Toon Adventures gibt's jetzt live auf dem Super NES und auf dem Sega Mega Drive. Hochspannung, Spitzen-Grafik, Sound, der gefällt. Programmiert wie echter Zeichentrick und du bist der Hell. Ich hab D-Dar in deinem Game Boy gesehen. Und ich hab D-Dar im Nintendo Entertainment System. Jetzt neue sind D-Dar für Super NES. Und D-Dar für Sega Mega Drive. Oh yes! Spiel D-Dar, D-Dar, D-Dar oder D-Dar. Für alle vier Systeme war es so viel Spaß noch nie da. Tiny Toon Adventure, das ist der super starke Videospiele-Spaß von Konami.